Ich versuche mich ein bisschen zu verstecken. Das Schattiv tun wir auch mal weg. Halt sie mal so. Bitte. Danke. In die Richtung mit dem Stab. Du greifst ihn und bitte. Ja, das war schon raus. Sehr gut. Wir bleiben so ein bisschen auf der Achse und dann einfach so eben. Einfach erstmal loshumpeln. Ein bisschen tippern und enttäuscht. Mach mal so ein tiefes Ausatmen. Aber dann direkt lächeln danach. Ja. 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 Ja.